Meine Damen und Herren, wieder willkommen zurück zu Let's Play, dem Arcane-Spiel, wie heißt das nochmal? Half-Minute Hero, genau. Ja, ich bin wieder bestens versorgt, Kaffee, damit ihr wisst, wie es abgeht und sichert es aber noch ein bisschen Wasser, man weiß es ja nie. Nachher wird es zu viel Kaffee, das wollen wir auch nicht. Wir haben gesagt, wir werden in der nächsten Quest das Schafohr machen, die Quest 3. Und wir gucken mal, was uns da erwartet. Gehen wir auf Schatart. Und müssen wir das lesen? Ich lasse es jetzt einfach mal, ich drücke jetzt mal gar nichts. Das Schafohr. Okay, runterdrücken kann ich schon mal nicht. Nee, ich kann A drücken. Hm, okay, bringt nichts. Okay, da ist wieder unser Bösewicht. Da wurde doch vorher schon tatsächlich jemand beigebracht, die Zerstörungsmagie zu wirken. Das bleibt beim Teufelschafengehör freilich nicht verborgen. Ich probiere sie selbst mal aus. Sieht der nicht irgendwie aus, wie der aus dem, äh, vom ersten Part? Oder hat er jetzt Hörner? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Dieser Bösewicht experimentiert mit der Zerstörungsmagie. Bist du so nett und machst ihm den Garaus, bevor er den Zauberspruch zu Ende sprechen kann? Es dauert 30 Sekunden, Magie zu wirken. Du musst ihn also innerhalb dieser Zeit besiegen. Ja, das kennen wir doch schon. Oh, wir haben sogar eine Minimap mittlerweile. Ah, scheiße. Das heißt, wir haben jetzt ein Minimap. Das heißt, ich darf mich jetzt unten rechts platzieren. Äh. Ja gut, dann werdet ihr mich ja jetzt unten rechts sehen. Traumhaft. Äh, statt aber zuerst mal in der Stadt einen Besuch habt, da bekommen ihr bestimmt deine nötigen Infos. Ja, wunderbar. Drei, zwei, eins und let's go. Wir, wow, die sind ganz schön stark. Wir leveln uns wieder erstmal ein bisschen. Kennen wir ja schon von den ersten Parts. Mein Gott, die setzen mir doch ein bisschen zu. Guck die nicht jetzt. Die sind ja relativ easy. 16 HP hab ich noch. Level 6. So, zwei Matches kriegen wir noch hin, oder? Oh, Alter, das wird eng. Ja, das kriegen wir. Ich bin wild. Wie im echten Leben. Ich bin wild. Spreng wir mal mit dem alten Mann. So alt sieht er aber gar nicht aus. Bei der Brücke bin wild ist es nur so von Monstern. Sei bloß auf der Hut. Okay, das machen wir, indem wir auch erstmal beten. So. Die Zeit wurde zurückgedreht traumhaft. Das haben wir jetzt. Was will er? Der Söldi. Söldi vor allem. Hey, du siehst aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Ich bin ein Söldner. Wenn der Lohn stimmt, gehe ich dir gerne zur Hand. Alter. Das hätte man anders übersetzen können. Für. Tausend G bin ich dein Mann. Alter, der ist ganz schön teuer, die Sau. Also für so eine kleine Dienstleistung leckt mich am Arsch. Dass das so teuer ist. Wenn du dir das nicht leisten kannst, kannst du ja mal sehen. Ich suche nach einem Geschenk von meiner Freundin. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, was ich ihr schenken soll. Ja, dann. Wow. Warte mal. Der will mir zur Hand gehen, hat aber eine Freundin. Wie Sau. Ähm. Also bring mir etwas, über das sie sich freut. Da helfe ich dir auch. Helfe ich dir auch. Hä? Was mit... Ja, hüb du mal auf deinem Ecstasy. Genau. Geheimnisburger. Witzig. Muss dafür nichts bezahlen. Das ist natürlich prima. Junge Mann. Wäre es sicherlich eine Erleichterung, so einen Söldner an seiner Seite zu haben. Was? Ja, nein. Wäre es nicht. Ja. Okay. Wir gehen mal in das Dorf. Achso. Das sind andere. Ja. Kraut. Könnte ich mal kaufen. Was will er? Es heißt, es gibt Diamanten in der Höhle voraus. Ja, okay. Ich weiß schon, mit was der Söldner... Ja, ja. Okay. Ich verstehe. Mit deinem Schiff könntest du zur Insel segeln. Mhm. Ja, das ist ja super. Dann gehen wir erstmal irgendwie... Oh Gott. Ich darf nicht mal mehr kratzen in dem Spiel. Ja, komm. Wir laufen schneller. Nein. Schneller. Danke. Ein roter Diamant erhalten. Wunderbar. Traumau. Oh Gott. Wer juckt die Nase. Ist das weitzend. Es ist schön, wenn man über sich selbst lachen kann. Das darf man nie verlernen. Wirklich. Das ist eine... Äh... Eigenschaft, die sollte man niemals verlernen. Ja, ich bewege mich schon. So, dann gib mir mal den Geheimnisburger. Äh... Ja, hier hast du deinen Diamanten. Tag! Hast du... Um was ich dich gebeten habe? Ja, aber ja, natürlich. Wow, das ist ja der Wahnsinn. Aber hallo. Das wird dir definitiv gefallen. Also gut, ich werde dir helfen. Versprochen. Ja, ich will den gar nicht dabei haben. Ich wollte den über... Ach gut, von mir aus. Ist mir scheißegal. Mach doch mal. Der läuft da einfach so durch. Witzig. Wo bin ich denn hier? Ich bin in irgendeinem... Ah, warte mal. Ich kann natürlich auch mal über die Brücke gehen. Was gibt's denn bei der Brücke? Ich möchte das mal sehen. Alter! Ist auch traumhaft. Ja. Ich... Äh... Wir... Alter, jetzt wird's aber eng. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich bei diesem Let's Play nicht einen auf Hektik mache, sondern ich möchte euch ja alles zeigen. Deswegen gehe ich das jetzt mal ganz kurz in Ruhe an, werde jetzt mal einen Schluck Kaffee trinken. So, und dann erkläre ich euch das nochmal. Also, ich habe gesagt, ich werde euch ja alles zeigen wollen. Dementsprechend mache ich jetzt nicht hier einen Hick-Hack-Huck-Hick, mache den Gegner schnell Platten. Nee, ich möchte euch ja alles zeigen. Wenn ich währenddessen irgendwie sterben sollte, weil die Zeit abläuft, dann ist das so, dann muss ich es halt nochmal neu machen. Aber Hauptsache, ich habe euch alles gezeigt. Weil darum geht es ja in einem Let's Play. Man möchte ja das Spiel so weitgehend, wie es geht, zeigen. Ne? Wenn ich irgendwas schnell machen möchte, dann spiele ich COD, wie ihr das von mir schon kennt. So, was gibt's denn jetzt mit der Frau? Äh, Frau, der Bösewicht ist bekannt für seine spitzen Ohren. Hört sich nach Link an. Es soll eine Waffe geben, die gegen den Bösewicht mit empfindlichen Ohren wirkt. Was meinst du? Keine Ahnung. Könntest du mich mal mit dem Stopfkuchen vollstopfen. Was mit dir? Was? Du brauchst ein Schiff? Mit 200G bist du dabei. Na, wie hört sich das an? Ja, das hört sich traumhaft an. Danke. Ähm. Ja, machen wir gleich. Ich werde mal ganz schnell hier runter dackeln. Weil, ich möchte ja wissen, was es hier noch so gibt. Was hätte ich denn gegnern? Ja, ich... Okay. Ja, traumhaft. Okay, scheiß drauf. Wir sollten den Gegner platt machen. Heute ist mein Tag. Ich kann nicht besiegt werden. Ja, dann hau mir dich mal kaputt. Das musste ich doch schnell machen. Weil den Rückweg hätte ich nicht mehr geschafft. Was war das nur für eine dumme Idee, mit der Zerstörungsmagie herumzuspielen. Ja, gut, dass er nicht mit was anderem rumgespielt hat. Oder hätte er es vielleicht doch gemacht. Flupp, weg ist er. Quest erfüllt. Ey, warte mal. Yoko. Und wo ist Klaas? Hahaha. Du hast die Welt von der Zerstörung gerettet. Nimm das. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ist nicht ganz richtig, aber wir... Wir sind auch mit der Truhe schon mal zufrieden. Naja, ich gehe da mal. Mein Freund wartet schon. Hahaha. Okay, warte mal. Er ist uns doch zur Hand gegangen, wenn das jetzt die Freundin von unserem Söldi ist. Bis dann. Ja, danke schön. Was hast du... Ein Söldner schenkt. Ja, das ist die Freundin vom Söldi. Götter der Zeit. Ich frage mich, ob sie sich überhaupt bewusst war, was wäre, wenn er die Magie vollständig beurte... Oh, nee. Sorry, den Ton kriege ich nicht dauerhaft hin. Naja, du hast ihn aber davon abgehalten, dass es... Oh Gott, ich muss auch langsamer lesen. Naja, du hast ihn aber davon abgehalten und das ist ja, was zählt. Nicht wahr? Nespa? Oder nepas? Okay, scheiß drauf. Man muss über sich selbst lachen können. Das sage ich immer wieder. Sonst ist der... Sonst wäre mir echt viel peinlich. Ohrenwurmkiller. Äh, Ohren... Wie komme ich denn auf Ohrenwurm? Wo war denn der Ohrenkiller? Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha. Ohrenkiller. Ich weiß, wir hätten wahrscheinlich als Waffe ein Wattestäbchen gekriegt. Und er hätte mir mit dem... Hat er Stäbchen in dem Ohr rumpulen können. Naja, gut. Nachdem er dem Bösewicht die Ohren langgezogen hat, setzt Link kurz auf den nächsten Kontinent. Tief in seinem Herzen füllt er Link... Oh Gott, mir geht das mit diesen Herzen so auf den Sack. Äh, ein bisschen Mitleid für den Bösewicht. Aber das zieht nicht lange an. Nächstes Mal bei, äh, Held 30. Höhlen und Wälder. So, dann quatschen wir nochmal mit der... Äh, Karawane. Äh, die Göttin der Zeit sagt, Das hast du gut gemacht. Aber gib auch beim nächsten Mal wieder... Oh Gott, den nervt. Gewusst wie? Rüste dich mit einem Schild aus, um weniger, weniger kritische Treffer abzubekommen. Okay? Ich liebe es, per Schiff zu reisen. Am liebsten würde ich die ganze Welt umsegeln. Ja, traumhaft. Und was sagt Narian? Na, Narian? In dem Wald vor uns scheint es nur von Insekten zu wirbeln. Ja, traumhaft. Ja, äh, dann... Warte mal. Hier kann ich drauf gehen mit... Oh, so ist es denn, ja? Ah ja. Das ist übrigens unser Inventar. Ihr seht, äh, ich bin ein bisschen schwerer. Das heißt, ich bin ein bisschen langsamer. Aber dafür ist die Rüstung plus eins. Nehmen wir doch das Schild. Genau. Traumhaft. Danke. Gut, im nächsten Part geht es dann weiter mit der Quest 4, Höhlen und Wälder. Und ich bin dann jetzt mal wieder raus. Da gibt es was, Höhlen-Fan und Insekten-Fan. Machst du einen auf Höhlen-Forscher? Haha. Oje. Gut, es wird Zeit, dass ich den Part beende. Also im nächsten Part geht es dann wieder weiter, wie gesagt, mit der Quest 4. Und, äh, bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Bis denn, haut rein. Ich wusste jetzt nicht, was ich sagen sollte, ob ich mich nochmal wiederholen sollte, weil ich hab jetzt mir überlegt, ich sag nochmal, ja, bis denn. Aber, ne. Äh, ich mach es jetzt einfach kurz und knapp. Tschüss. Höhlen-Fanage. Höhlen-Fanage. Wir haben jetzt jetzt noch mal wieder verrückt.